Willkommen freunde zurück zu the forest da hinten sind mal wieder unsere lieblings freunde die kannibalen Die uns irgendwie jede nacht begrüßen wollen Aber wir ich dachte eigentlich das brennende totem würde die irgendwie abhalten Unglaublich es hält die sehr sehr ab Sehr 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 auf jeden fall Na gut dann gehen wir mal wieder zu unserem anderen lager Mit dem baumstamm den wir haben. Oh gott wir müssen ganz dringend was essen eigentlich. Oh man Ich suche irgendwie immer das falsche So gerade Ja, schmeiß den ruhig weg Hat die mit ihren steinen immer nur steine überall So ich hoffe die kommen jetzt nicht hier hoch Vielleicht hier auch gerne mal ein bisschen licht machen Ich weiß ihr seht nichts Sollen wir mal licht machen Boah wir haben einfach keine energie hier Wir speichern nochmal Oh Ja super wir haben keine energie Wo haben die uns denn gesehen? Wo sind die denn? Ich mag die nacht nicht Boah Alter Schwede Das war jetzt auch nicht schlecht Ich hoffe der ist gestorben bei dem Sturz Boah das war schon sehr tief Liegt da irgendwas? Ne ne? Oh Aber nicht zu mir bitte Boah man Diese Kreaturen einfach Die machen mich fertig Kommt Weil wir sowieso nichts machen können Planen wir jetzt ein bisschen Also ich bin ja wirklich dafür Alter sind die Henne gerade Ähm ja Guck mal Guck mal dann können wir doch eigentlich Das Häuschen hier Bauen wir das so dahin Hm Wir bauen das so So wär da echt cool oder? Oder so Gucken wir mal ob wir das hinbekommen Dann haben wir auf jeden Fall ein Ziel Und Es wird auf jeden Fall heller Super Ja machen wir mal weiter Achso ich muss essen Oh scheiße Ich hab echt nichts mehr zu essen ne? Und da geht die Sonne auf Ist das nicht schön Und da geht die Sonne auf Und da geht die Sonne auf Was ist da unten noch so los? Irgendjemand der Stress macht vielleicht? Nein Nein Hier ist keiner Hier ist aber auch keiner mal in der Falle gegangen oder? Ich glaube nicht Hier liegen noch Körperteile Und Baumstämme Toll das Totem ist ja super Hat die voll abgeschreckt Hat die voll abgeschreckt Oh man Essen Essen Okay da laufen wir jetzt nicht mehr Sonst Hächelt der uns noch zu Tode Hm Wo finden wir jetzt hier noch Bären? Sonst müssen wir wirklich zu denen ins Lager Da gab es auf jeden Fall Ganz viele Tiere Aber ich will nicht zu denen ins Lager Ihr könnt euch ja denken warum Aber die bauen überall diese Dinger hier auf Ich krieg da so zu viel ne? Ähm Ich hoffe da ist jetzt wirklich keiner von denen Wobei Ah ne das bringt jetzt auch nichts Ich wollte jetzt hier nochmal ne Falle bauen Scheiße Ah es ist echt blöd weil wir können ja jetzt nicht lang Mann da ist einer von denen Wir brauchen was zu essen ganz dringend Und Erfolgt er uns jetzt? Boah Bin ich schon mal verhungert? Ich glaube Ich glaube nicht Bis jetzt Boah die haben alles hier für sich beansprucht Unglaublich einfach Kann man die essen? Äh ich versuch's besser nicht dann bin ich sofort tot So vielleicht finden wir jetzt einen Hasen oder so Machen wir uns den dann hier überm Feuer Ja kann man den Pilze essen? Bin ja gerade echt so ein bisschen unschlüssig Also hier auf der Wiese laufen eigentlich relativ oft die Tiere rum Ah guck mal hier sind auch unsere alten Fallen und so Oh nein Oh nein Oh guck mal ist das nicht schön hier Mit unserem Oh wir sollten die vielleicht wirklich nicht angucken Und dann sind die auf einmal weg Boah man Ich brauche keins dringend was zu essen Boah hier ist nichts Sieht ihr irgendwas hier rumlaufen? Da Ja So da haben wir doch bestimmt Alter Boah wo ist ein Herd? Unser Herd Unsere Fallen sind auf jeden Fall noch da Ah scheiße Ich glaube wir verhungern jetzt gleich Nicht angucken Nicht angucken Boah alter ich hasse das Wir machen uns einfach nochmal ein Lager woanders Hier ist eigentlich sehr nice oder? Ich muss schon sagen So wir müssen ganz dringend Feuer machen Ich hoffe wir können hier so lange hier bleiben Dann war das halt jetzt ein hoffentlich erfolgreicher Fluchtversuch unserer Seite unsererseits Die werden wahrscheinlich nicht flüchten von dieser Insel Die werden uns verspeisen Komm mach hin So Energie ist wieder einigermaßen Speer nehmen wir uns Vielleicht können uns dann ein paar Fische fangen Irgendwo Wir erkunden jetzt mal so ein bisschen die Insel hier Huiuiui Habe ich irgendwie jetzt voll Lust? Ich habe gerade wirklich keine Lust mehr zu bauen Wenn ich dauernd unterbrochen werde Hm Vielleicht sollte man wirklich woanders nochmal anfangen Man kann ja später auch nochmal zurück Jetzt haben wir wenigstens wieder ein bisschen Energie Ja hm Nicht mal halb voll Aber Wir leben auf jeden Fall Das ist eigentlich so der erste Richtige Erkundungstrip auf diese Insel für mich Auch wenn die nicht so groß ist Ist sie ja dann doch irgendwie größer als man so denkt Mal gucken was wir noch so finden werden Vielleicht noch ein Stück vom Flugzeug oder so Hier ist auch wieder so eine alte Eiche So eine riesige alte Eiche Vielleicht gehen wir dann mal zum Strand Wir können dann wirklich mal anfangen so ein Holzboot zu bauen Ich werde zwar immer der Meinung Man baut sich besser Ähm Zuvor irgendwas Was einen dann schützt Ein gutes Lager und so weiter und so fort Aber Boah Das halt nicht funktioniert momentan Weil die uns immer angreifen Dann suchen wir uns halt einen anderen Ort Ah hier sind wir Boah Strand ist aber auch gefährlich ne Wisst ihr Hier war ich ja auch schon mal Na gut Gucken wir uns mal den Strand was genauer an Na da können wir uns ja dann auch ne kleine Hütte bauen Zack Hm ich hoffe wirklich dass wir die Sachen dann nochmal wieder nehmen können Die auf dem Boot sind Gibt es denn jetzt hier Fische oder nicht? Ich hoffe dass mit dem Tauchen kriegen die auch irgendwann mal hin Ich geh lieber wieder zurück Ähm Oh hier sind Alter was ist los Das sind Fische Die waren Fische Mist Die müssen ein bisschen näher kommen Dann können wir nämlich hier auch fischen Oh das wäre super Oh 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 Ha Wir haben einen Fisch gefangen Wir fangen jetzt noch mehr Fische Ha cool Ey ganz ehrlich Das haben die Entwickler schon ziemlich geil gemacht Gefällt mir wirklich sehr gut gerade Auch wenn die Fische noch ein bisschen zu nicht legend für uns sind Ah guck mal hier wieder einer von denen Dann gehen wir mal bitte äh besser weiter bevor die uns noch noch sehen Ah Münzen Ah Münzen Eine Flasche Ja irgendwie werden die Sachen nicht mehr genommen Blöd auf jeden Fall sehr sehr blöd Ah Körperteile Wie lecker So dann zum Boot Aber die Sachen werden wir wahrscheinlich auch nicht nehmen können Naja jetzt haben wir wenigstens ein bisschen Fisch Frischer Fisch auf den Tisch Das ist super Gollum würde sich so freuen Wir freuen uns natürlich auch Hui Ja ok Die hat er wenigstens genommen Aber Ich glaube die Pistole ist nicht hier Die Flair Gun Weil Flares haben wir jetzt Weil Flares haben wir jetzt Ich sehe hier gerade keinen Außer vielleicht da hinten Mann das ist so dämlich Boah wir hätten so viel Essensachen Wenn wir das nehmen könnten Aber natürlich nicht Mann schade wirklich Ah guck mal ist das schön hier Hier möchte man noch bleiben Oder Guck mal da könnten wir auch jagen Sind hier Fische drin Fische Ne Ah guck mal hier Ein riesiger Anker Ich finde das gerade total klasse Mal die Insel zu erkunden Ich hatte da bis jetzt immer Echt Angst Ah guck mal hier Ich glaube die Flair Gun Wird es hier auch geben Und es ist einer von den Überlebenden Ah hier ist gar kein Überlebender Das ist nur so einer So noch ein Speer Kacke Kacke ich dachte hier wäre Die Flair Gun Der Kopf kann man eigentlich immer gut mitnehmen Oder? Liegt hier auch noch was? Ich kann nicht noch mehr rohen Fisch tragen Ich kann nicht noch mehr rohen Fisch tragen Jetzt trage ich wirklich rohen Fisch Oh Mann die ganzen Oh Mollies Das ist so schade eigentlich Ach vielleicht geht das ja später dann nochmal Na guck mal Ah guck mal das ist ihre Route hier wieder Wir sollten eigentlich hier gar nicht lang laufen Na guck mal hier ist auch schon wieder ein Toter Da ist eine kleine Insel Da ist eine kleine Insel Hallo Kollege Oh wie die aussehen einfach Ja Ja aber dann doch relativ menschlich wieder Auf der einen Seite Ja wir gehen mal schön am Strand vorbei Ich glaube da lassen sich schon einige coole Sachen finden Ich glaube jetzt sind wir wieder an unserem alten Platz hier Ne Ne Oder? Ist das hier? Weiß es gar nicht Ne Boah es ist nebelig hier gerade Vielleicht kann man sich ja hier noch ein schönes Fleckchen besorgen Oder? Ich nehme es immer mit aber Ah es ist schon ein bisschen buggy hier Ein klein bisschen Manche Sachen können wir mitnehmen Manche nicht Wie viel wir jetzt einfach schon gefunden haben Das macht das Leben eigentlich einfacher Aber das ist doch hier Ne das ist nicht der Platz Ja komm dann bauen wir jetzt mal hier weiter Ich bin dafür Sollen wir noch was essen? Ähm Oder Na komm erstmal Erstmal hier wieder So Ich glaube hier werden wir noch nicht immer genervt Wir bauen uns hier unser unser erstes Lager Dann bin ich mal echt gespannt Das geht ja auch ziemlich schnell weil wir hier noch die ganzen Bäume haben Und dann können wir vielleicht auch gleich mit dem Blockhaus anfangen Oder Wir bauen wirklich unser Boot Können wir auch machen Also wenn ihr sagt Ja Boot Dann baue ich jetzt ein Boot So du bleibst bitte hier Hallo Kollege Kollege So noch zwei Und dann fällen wir uns noch ein Bäumchen Zack Zack Wir müssen die Flairgun ganz dringend finden Aber dass wir uns keine Mollys mehr herstellen können Das ist echt blöd Komm Mach hin auf Baum Ja Gut ich versuche das auf jeden Fall gleich mit dem Boot mal Wenn ich jetzt hier fertig bin Dann fällen wir uns hier ein paar Bäume Dann geht das eigentlich relativ schnell Essen haben wir ja Rohen Fisch Super Und ja wir können natürlich auch noch mehr Fische holen Ich meine wir haben ja das Wasser Das Gewässer hinter uns Jetzt sind wir hier ein bisschen ungestörter So Ja okay dann gucken wir jetzt mal Boat Das können wir überhaupt gar nicht bauen Ich dachte das geht Schade Es gibt noch gar keine Boote Ja scheiße Aber wir bauen jetzt trotzdem hier Wir fangen jetzt mal an hier was zu bauen Auf jeden Fall Oder sollen wir es weiter nach unten bauen Ne ne Kann man ja immer noch dann weiter nach unten bauen Ich mache jetzt erstmal nur diesen Zaun Ich sehe hier gar keinen Das ist total ungewöhnlich So Zaun Was kann das dauert aber auch ewig dann oder Ich glaube ich sollte echt schlafen gehen Ganz ganz dringend Weiß nicht ob ich hier Feuer machen soll Dann sehen die mich am Ende wieder Ja komm machen wir mal Ich bin mal gespannt wie der Vieh schmeckt Oh Wo sind die denn? Wo sind die denn hin? Fisch sei fertig Sei fertig Seht ihr irgendeinen? Boah komm wir machen uns gleich noch einen Da komm ich warte zu lange Dann fälle ich mal weiter die Bäume Dann machen wir hier erstmal die Seite zu Und hier kann man ja dann Fallen bauen An der rechten und linken Seite Dass wir erstmal hier so ein bisschen Schutz haben Ja ich weiß die Area ist jetzt nicht so wirklich perfekt dafür Aber das Feuer ist aus Das gibt's ja jetzt nicht oder? Oh Hä? Was ist denn jetzt hier los? Hm wir warten nochmal kurz Nicht? Sollen wir uns ein zweites Feuer machen? Ja ne? Dann halt ein zweites So da sieht man wenigstens den Fisch jetzt Keine Ahnung Ein bisschen buggy das Feuer Oh guck mal Schön oder? Na komm Na komm So So Und weiter können wir machen Äh Der Ganz seltsam dass keiner von denen hier ist Boah das sieht so klasse aus Achja Achja Ja ist übrigens echt cool wie das aussieht Da geht wieder die Baumstimme Zack Muss ich schon sagen wirklich Das ist sehr nett So das kommt sofort hier hin Dann haben wir das schon mal fertig So hier war noch einer Kommt wo ist der hinten? Da Ja ist die Frage machen wir jetzt ein bisschen Ach komm wir machen jetzt wieder ein bisschen Feuer Mal gucken ob hier einer kommt Mal gucken ob hier einer kommt Ah jetzt schlagen wir natürlich mit dem Stock das ist super Achja Achja Sieh ich da hinten Licht? Rechts vorm Baum? Ne ne? Oh Mann ey Es gibt's doch gar nicht Ich werd ihm kein Licht anmachen sollen Ich hau mal ab Oh der soll ja mal kämpfen Ich speichere mal und dann kämpfen wir und dann beenden wir die Folge für heute Ich hoffe der speichert die auch wirklich? Nach dem neuen Lager? Boah mit dem Speer kann ich irgendwie noch nicht so kämpfen Ah super Alter Alter Fuck Scheiße Die Brandung Oh Mann der verfolgt uns der Drecksack Ich will aber nicht verfolgt werden Ah fuck Ah fuck Okay ich hau mal ab ne? Freunde Scheiße Boah wie schnell die einfach sind Ich hab keine Energie mehr Ich würde übrigens gerne hier mal rüber Zu der anderen Insel Mal gucken wann die angreifen Mal gucken wann die angreifen Scheiße die locken wir uns bestimmt irgendwie in so ne Falle Hinten ist wahrscheinlich ihr Dorf dann gleich Oh Mann wir können nicht mehr laufen Und da ist ihr Dorf auch Au Kein Aija Okay ich beende diese Folge für heute Und sage bis zum nächsten mal mit der Forest Tschüss. Ciao. Satsang with Mooji